Ebenfalls beschlossen wurde ein finanzieller Nachtrag zur sogenannten Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn zum Ausbau des Bahnüberganges an der Flugplatzstraße. Nach aktuellen Planungen wird dieser jetzt rund 1,3 Millionen Euro kosten und damit teurer als bei der Vertragsunterzeichnung 2010 angegeben. Grund dafür sei eine gesetzliche Regelung, wonach innerhalb von vier Minuten nach Schließen der Halbschranke der Zug durchgefahren sein muss. Dies ist im Bröten allerdings nicht immer gegeben, erklärte ein Bahnvertreter in der Sitzung. Daher soll nun ein Mittelstreifen angelegt werden, damit die Halbschranke nicht umfahren werden kann. Die Installation einer Vollschranke sei wenig sinnvoll und genauso kostenintensiv. Zudem müsse bei dieser Variante ein Radarscanner angebracht werden. Löst dieser Alarm aus, bleibt die Schranke so lange geschlossen, bis ein Servicetechniker den Vorfall vor Ort geprüft hat. Die Anlage an der Flugplatzstraße muss erneuert werden, da sogenannte Blinklichter nicht mehr zulässig sind und daher umgerüstet werden müssen.